Hallo, euer Weikl, wieder mit Retail, willkommen auf dem Rollstuhl-Kanal und zu einem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen die Demo von CLEAR. Es sieht grafisch schon mal sehr geil aus. Sie hat mir die Unity-Age gemacht, ich spiele es mit dem Xbox-Controller und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Äh, Schwierigheitsgrad, hell. Standard. Kostüm auswählen habe ich leider kein anderes. Schade, hab kein anderes. Klar, ich ne Demo noch, ne? Äh, jetzt mal bestätigen. Jetzt hab ich mal gespannen, wann sie geht. Happy Birthday, Sis. Alles Gute zum Geburtstag, Schwesterchen. Ihr könnt am Anfang bei den Optionen die Sprache einstellen, ob Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch, Paragiesisch, egal was, Spanisch. Ich hab's natürlich auf Deutsch gestellt, ne? Alles Gute zum Geburtstag, Schwesterchen. Go on, CLEAR, make a wish. Na los, CLEAR, wünsch dir was? Äh, wo ist Mama? The mistress is busy, CLEAR, but I know she'll make it up to you. Die Harin ist beschäftigt, CLEAR, aber ich weiß, dass sie es wieder gut machen werden. Was ist das? What? The fool. Habt ihr das gehört? Ihr Pleite bleibt hier. Ich seh mal nach. Oh. Ed, wir gehen besser auch. Aber Florine hat gesagt, wir sollen hier bleiben. Chaos-Diener. Ich spüre einen in der Nähe. What? Jesus Creepy. Schwesterchen, ich hab Angst. Bleib bei mir. Mama, Papa, Florine. Wir müssen sicherstellen, dass sie okay sind. Ja, du hast recht. Wir beeilen uns. Cool gemacht. Also grafisch mit der Unity-Engine. Wow. Wow. Ich bin schon mal begeistert. Steuerung. Wegen wäre sehr schleichend. Äh, äh. Spähen. QA. Durch Türspähen. B halten. Durch Türspähen ist B halten. Rennen ist X. Schleichen ist Y. Inventar zurück. Inventar zurück. Ah. Wahrscheinlich Inventory, oder? Jo. Alles klar. Dann sind wir bereit für unsere Abenteuer. Die Chaos-Diener zu Creepyhausen. Ah. Cool. Was ist das? Ah. Ein Trank. Da kann man sich verstecken. Nice. In der Tür. Ah. Da sind die ganzen Moves nochmal. Komm mal da rein. Geht's auch weiter. Zehn vor zwei. Moment. Ich geh erstmal dort. Da war's. Da war noch eine Note. Papas Nachricht. Edmund. Bitte erinnere deine Schwester daran. Also der Ed. Ihren Trank einmal am Tag zu trinken. Wenn sie jemals die Kontrolle verliert, komm direkt zu mir. Verstehst du? Claire Süße. Denk daran, dass nichts davon deine Schuld ist. Mama und ich werden eine Lösung finden. Da versprechen wir ihre Schuld. Raum Nummer 4. Wir haben einen Key. Oh mein Gott. Ich geh mal nicht hin. Da. Benutzen. Ah. Kann ich hier nicht benutzen? What? Oh. 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 Wahnsinn. Ich start nochmal. WTF. Jetzt der Wallen Brothers. Hier war das Tutorial. E olmak haben wir hier den Schlüssel gefunden. Da sind wir rausgekommen. Hier findet man einen Schlüssel. Also das heißt, ich nehme mir den Schlüssel. Geh hier rein. Ein Klo. Ah, das ist leicht. Ich glaube, ich höre ihn schon wieder. No, no. Oh, yeah. Crazy. Aber echt, mir gefällt es. Da gehen wir da rein. Und holen wir den Schlüssel. Yo. Ich glaube, er kommt schon wieder da, oder? Ist er jetzt weg? Oder kommt er nochmal? Ich glaube, er ist weg. Er scheint weg zu sein. Er scheint weg zu sein. Drei, vier. Ich bin aber sowas von schlecht, Leute. Aber wirklich schön. Ich muss schon sagen. Wow. Schön gezeichnet. Schön animiert. Was? Und... Das ist eine Idee. Ein paar Tage. Und... Ein paar Tage. 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 Was steckt dahinter? Ah, ist schon schwierig, ne? Also für mich. Aber ihr könnt es euch ja gerne selber runterladen. Selber mal probieren. Macht auf jeden Fall Spaß. Kustenlos, ne? Demo. Ich geh wieder auf 7, ne? Jetzt rennen wir. Jetzt rennen wir mal wieder. Ich jumpere gerade in seine Arme. Ich probiere. Last try. Ich muss... Ich muss ihn irgendwie... Überlisten. Den K... Oder die K-S-D... Was ist denn K-S-Diener oder die K-S-Diener? Und die K-S-Dienerin. Also wirklich. Last try. Allerletzter Versuch. Allerletzter Versuch. Um zu wenigstens. Diesen Trank möchte ich doch noch gerne. Für was man mal so einen Trank gebrauchen kann. Frag ich mich. Wir haben das, Jo. Ich mach immer wieder den gleichen Fehler. Aber Leute, ich komm jetzt mal zum Ende. Ich geh wieder ins Menü. Das war auf jeden Fall mal die Demo von Claire. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch selber unterlernen. Soweit ich mich hier rechtzeitig erlernen kann, war es bei itch.io. Auch steht ja alles hier in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für das Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder alle schönen Bilder auf meinem Rostikland. Dann werdet doch dieses Video. Schreibt was in den Kommentaren. Falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur das Kürbchen trinken. Und in diesem Sinne, macht's gut. Falls ihr noch kein Abo habt, jo. Biss ja Bescheid. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander. Verhause nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschö. Ich sag tschö.